Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleut und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar wird gecheatet. Und das heftig. Ich bin gerade aufgewacht, beziehungsweise bin ich schon seit einer halben Stunde oder fast schon seit einer Stunde wach. Es ist 5.59 Uhr. Die ganze Challenge sollte eigentlich erst in einer Stunde beginnen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich wach bin und Hunger habe, werde ich das Ganze jetzt schon starten. Ich wünsche mir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und guten Hunger. Bevor das Ganze gerade losgeht, bitte erstmal die Form gecheckt. Ich bin noch leise, weil Johannes schläft noch. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was die Ausgangssituation ist und wie die Form dann natürlich am Abend ausschli. Ich würde sagen, ich mache einfach alle Grundposen durch und dann nochmal ein Bauchupdate. Das heißt, wir schauen jetzt mal, was die Ausgangssituation ist und wie die Ausgangssituation ist und wie die Ausgangssituation ist. Und ganz wichtig, wie das Gesicht jetzt aussieht. Merke ich, dass man bei der Wagen jetzt definitiv nicht mehr so dünn aussehen. Eigentlich müsste ich, bevor das Ganze losgeht, nochmal gut aufs Klo gehen. Aber das Badezimmer ist gerade besetzt und ich will eigentlich so früh möglich mit allem starten. Deshalb werde ich mich jetzt einfach so auf die Waage stellen, wird das Gewicht etwas höher sein. Also zieht es kaum, wie groß die Ladung jetzt gewesen wäre. Und das heißt, jetzt erstmal wiegen und mal schauen, was das Ausgangsgewicht ist. Das Gewicht ist bei 97,5, also eigentlich genauso wie beim ersten Wettkampf am Abend. Ist ganz okay. Ich denke mal, heute Abend wird es auf jeden Fall einige Kilos mehr geben. Ich mache mich auf den Weg. Erste Station ist McDonalds. Let's get it on. Ich nehme einmal McToast Ham. Duo Regular. Was haben wir gemacht? Duo. Duo? Duo. Doppelt. Ah, okay. Und McMuffin Bacon Egg auch Duo. Bacon Egg, ja. Ja, auch Duo, also Doppelt. Und zwei Cheeseburger. Okay. Also jetzt die Bestellung gehört, auch als etwas kompliziert, aber es gibt zwei ganze Cheeseburger. Zwei Bacon Egg McMuffins, zwei McToasts, insgesamt 1600 Kalorien um 36 Uhr in der Früh. Also not bad. Guter Start auf jeden Fall in den Tag. Let's go. Ich muss sagen, ich bin eigentlich lieber McEy, aber das schmeckt echt, habe ich es gut. Und es sind sogar Eier aus Freiland-Saltung. Also, McEy not bad. Dieses flache Ding wird es aber irgendwie enthäufeln, muss ich sagen. Ich glaube, da fehlt eine Soße. Deshalb wird das Ganze jetzt natürlich noch verfeinert. Sour Cream. Ketchup. Und dann schmeckt das. Also jetzt nochmal der Cheeseburger-Test. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Cheeseburger bei McDonald's gegessen habe. Also ist auf jeden Fall eine Zeit her. Kann man essen. Ein bisschen Ketchup-Brühe. Sour Cream. Das ist geil. Hey, die erste Ladung ist verputzt. Aber irgendwie habe ich noch Bock auf was Süßes. Also ich glaube, McAfee muss noch aufgesucht werden. Bei der nächsten Bestellung CD folgt das. Und so einfach mal einen Schoko-Cookie habe ich Bock drauf. Eben Schoko-Muffin. Und so schnell hat man schon mal die 2500 Kalorien drin. Also das ging auf jeden Fall. Echt, echt schnell habe ich gut inhaliert. So viel hatte ich nicht mehr in der Diät auf. Also richtig, richtig krank. Aber ich habe mir jetzt keinen Kuchen bestellt, weil gleich geht es zur Bäckerei. In einer Stunde treffe ich mich mit Marc, weil der eigentliche Plan war heute, jedes Cheat-Meal mit wem anderen einzunehmen. Aber nachdem ich jetzt schon früher wach war, habe ich mir gedacht, das erste Meal kann ich mir gleich alleine gönnen. Also wie gesagt, mit Marc wird sich getroffen. Wir treffen uns bei der Bäckerei. Da wird nochmal ordentlich Kuchen, Laugenbrezel und alles mögliche reingehauen. Ich habe mich übrigens gerade doch verschaut. Weil ich vorher den Cookie mit 160 Kalorien angetan habe. Aber für das Riesending ist das ein bisschen wenig. War ursprünglich 350. Also das sind wir jetzt schon bei 2652. Bevor ich eigentlich auf Marc treffe und wieder esse, habe mich doch tatsächlich der Durst gepackt. Das heißt, jetzt geht es erstmal zu Starbucks, weil mir ein fetter Milkshake oder keine Ahnung, was auch immer bestellt. Ich habe noch keine Ahnung, ich war selten bei Starbucks und frage mich noch nie irgendwie ein Shake oder ein richtig hochkalorisches Bestell. Also mal schauen, was es so wird. Okay, ich habe heute Chita und brauche etwas sehr hochkalorisches. Was können wir für einen Shake oder Kaffee empfehlen? Nimmst du was mit Kaffee, ja? Ja, oder muss nichts mit Kaffee sein, aber auf jeden Fall hochkalorisch. Dann auf jeden Fall so kalt oder warm? Kalt. Nein, dann rieche ich mit Papacchi jetzt. Kannst du eine mit Papacchi dann auch oben einen Kaffee machen. Und dann je nach Geschmack, ob du mit Schokoladen willst oder überhaupt mehr oder mit Kaffee... Dann nehme ich mit Schokolade. Ja, auch schön mit Schokoladenstückchen noch zusätzlich. Ja, genau. Alles klar, wie welche Wurst sind ganz groß? Ne, machen wir mal nur Grande. Grande und Sahne? Ja, genau. Klingt gut. Und da ist das ganze Ding. Ich schätze mal so um die 500 Kalorien. Man kann es online ausrechnen, werde ich nachher auf jeden Fall machen. Und die Kalorien jetzt mal hier einblenden und richtige Ehrenmänner einfach aufs Haus bekommen, weil sie große Fans wollen oder zumindest einer. Also richtig geil. Geld kosten wir mal. Das ist auf jeden Fall geil, süß. Letzt gesagt, zum Marc, zum Bäcker. Während ich hier auf Marc warte, renne ich schon die ganze Zeit rum. Alter, ich schwöre, der Zucker und die Kalorien kicken so hart rein. Laune ist übertrieben gut. Energie ist abnormal krasser. Ich werde auch versuchen, so viele Schritte über will ich zu machen, um irgendwie aktiv zu bleiben, den Hunger anzutreiben, ordentlich essen zu können und natürlich auch Kalorien zu verbrennen. Na komm doch angelaufen. Ja, Mann. Servus. Das geht noch. Okay. So, wir sind jetzt beim Bäcker. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine Monsterbestellung. Marc ist der erste Kandidat. Also, warte mal, wie viele Kalorien ich schon gegessen habe. Noch gar nichts. Ich bin seit 6 Uhr wach. Nein, seit 5 Uhr. 1.000? Fast. 3.000? 3.000? Boah, absolut keine Ahnung. Scheiße, Mann. Vorher wusste ich es. Egal. Die isst Tapie auch immer. Dann ein Affenstreuzenkuchen. Noch mal ein normales Croissant. Ein Butterbrezel mit Brötchen. Und so ein Brotding. Dazu gibt es zum ersten Mal die Yum Yum Cream. Noch nie in meinem Leben gekostet. Wird es dann einen Live-Test geben. Bei Marc gibt es auch so einiges. Nougat-Croissant. Auch so ein Ding. Und dann so ein fettes Brötchen mit Salami. Für die Calories. Dein erstes Milhäutiger. Ja, all das sind meine Kalorien am Tag. Das, was ich jetzt schon gegessen habe, braucht Marga an einem Tag. Also, Kalorien laufen auf jeden Fall. Okay, wir testen jetzt mal die Yum Yum Cream. 500 Kalorien auf 100 Gramm. Also eigentlich perfekt zum Cheat Day. Ich würde sagen, zuerst mal pur. Es sieht einfach aus wie Monte, alter. Richtig, richtig geil. Die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Kostet mir jetzt mal auf Quark. Das ist auf jeden Fall Next Level Shit. Alter, richtig richtig krank, geil. Okay, Leute. Ich bin am Ende. Marc kann, glaube ich, auch nicht mehr. Aber ich muss ein Brötchen über. Bei mir noch das Nourdes Croissant. Die Hälfte vom Apfelkuchen. Bisschen was von der, keine Ahnung, was das jetzt war. Und die Hälfte von diesem Brötchen. Werde ich mal einpacken. Vielleicht wollen wir im Rockerbüro was. Weil da geht es jetzt hin. Ich bekomme eine Venom-Maske, also von Spiderman. Da haben wir richtig geil im Gym zerfetzt. Und mal richtig coole Aufnahmen gemacht. Also einpacken und ab ins Rockerbüro. Ja, ich muss erst mal die Toilette aufschlucken. Magen ist geleert und jetzt habe ich irgendwie doch noch Bock. Die zweite Hälfte von Fröschen und Kuchen zu essen. Habe ich irgendwie Lust drauf, deshalb. Reiner mit. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Backstage-Bereich, weil jetzt werde ich geschminkt und zwar wie Spiderman. Du bist professioneller Künstler, kann man sagen, oder? Ja, ich bin Make-Up-Artist und Body-Painer. Ich bin Nils, hi. Sehr gut. Also mal schauen, wie es nachher aussieht. Trinken habe ich hier am Start. Zehen natürlich nicht zu den Kalorien, deshalb auch ohne Zucker und Light. Zwischendurch, weil das Ganze dauert ein bisschen. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es nachher aussieht. Das Make-Up ist so gut hier fertig. Jetzt kommt noch was auf den Mund. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu reden, weil es gerade getrocknet. Und ich werde jetzt noch das Croissant in die Mikrowelle geben, damit ich ein bisschen Chaos noch dazu bekomme und ein bisschen aufwärmen. Schmeckt sicher geiler warm als kalt. Alter, das riecht schon geil. Alter, mit der Cream dazu. Ich sage euch. Das schmeckt einfach nur abnormal. Krass. Ich habe mir noch gar nicht gesagt, warum ich mich überhaupt so ausschühe. Wir drehen einen Trailer für Rocker für eine Special Edition von dem Over the Top. Das heißt, jetzt geht ins Gym. Wir pumpen ein bisschen. Genug Zucker bzw. Kalorien soll ich auf jeden Fall im Blut haben. Also der Pump sollte definitiv passen. Auch wenn wir nur für Rocker-Drehen trainieren, muss ich theoretisch trotzdem. Das heißt, arbeitsgeblich das drauf. Werde mich trotzdem versuchen anzustrengen. Auch wenn ich irgendwie noch keinen Schweißtropfen spüre. Ein bisschen trainiert werden muss trotzdem. Auch wenn G-Day ist. Oder vor allem wenn G-Day ist. Weil erstens regt den Hunger an. Zweitens verbrennen wir mehr Kalorien, wenn ich nicht gleich ganz so fett werde. Ich weiß, du bist ein Superstar. A supernova shining, du kannst sie von super far. Und wenn sie nicht bereit sind, du bist über die Drogel auf dem. Wenn sie kommen, du kommst wie ein Supercar. Oh, sag mir, was es fühlt sich? To have no fear at all and do it here in real life. Real time right now, all day long. I know it's special and I know you know it feels right. You're the reason it will last forever. You're the star to stare it back up in the mirror. Cause it's special when you stand out from the rest. Jetzt erst mal das Rocker-Büro verschmutzen und den ganzen Dreck runterwaschen. Also läuft. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich ruf ein Taxi für 10 Minuten. Passt. Danke. Service ist am Start. Alter, war das vielleicht mühsend, das runterzuwaschen. Jetzt treffe ich gleich den nächsten Gast meines Cheat Days. Bin bei der Mall of Berlin. Es geht in ein etwas schickeres Restaurant. Es ist aber auch wieder T-Shirt und Jeans. Mal schauen, wer es isst. So, mein Digger. Wie geht's? Das ist der nächste Cheat Day Gast. Yes. Jetzt wird reingauen. Jetzt wird es kulinarisch. Jetzt wird es kulinarisch. Genau. Wollen wir hier sitzen? Draußen? Jawohl. Schaut gut aus. Cooler Leit mit Eis und Zitrone. Gerne. Ich auch. Zum Trinken. Die Suppe des Tages. Ich nehme einmal Lachs-Tatar. Lachs-Tatar habe ich leider nicht mehr. Nein. Leider, leider. Dann nehme ich das normale Beef-Grill-Club-Tatar. Oder du kannst T-Shirt-Tatar. Wo kannst du? Ja, nehmen wir T-Shirt-Tatar. Dann die Grill der Aubergini. Und das Lady's Cut Beef-Grill-Club. Medium gemacht? Ja. Können Sie aber ruhig alles gleichzeitig probieren. Heute auf Edel, Leute. Erstmal kurz Vorspeise. Bisschen Brot und ordentlich Oliven. So, Essen ist da. Ein paar Appetizers. Lachs-Tatar. Aubergini. Bei uns, glaube ich, Melanzani genannt. Ich weiß nicht, ob man es in Deutschland auch so sagt. Nein, auf gar keinen Fall sagt man das. Also Melanzani heißt in Österreich. Ich freue mich richtig drauf. Wird auf jeden Fall auch mal gut den Hunger anregen. Und dann passt die Pizza nachher auch richtig, richtig geil rein. Essen ist durch, Leute. Fuck, Mann. Ich glaube, das war echt mehr als eine kleine Vorspeise. Mein Bauch ist am Ende. Ich bin auch am Ende. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so drauf hat. Aber diese Auberginenpaste war richtig krass fettig. Plus das Brot dazu. Plus das ganze Olivenöl. Junge, Junge, Junge. Das waren jetzt mindestens 1,5 Kalorien, wenn nicht sogar mehr. Hat auf jeden Fall krass angeschlagen. Julian ist mit seiner Super auf jeden Fall besser davor gekommen. Mir geht es hervorragend. Jetzt geht es wieder mal zurück zum Rocker-Büro. Wir werden noch ein paar Schritte machen. Bisschen verdauen. Und dann kommt der Hunger. Ich habe ihm ein Taxi angeboten. Ich habe ihm ein Taxi angeboten, aber er wollte jetzt unbedingt laufen. Dann wird das verdaut. Ja, ich muss die Energie irgendwie rauslassen. Dann hoffe ich, dass ich, bis wir im Büro sind, wieder verdaut haben. Weil dann gibt es eine fette Pizza-Hart-Pizza und die muss auch irgendwo noch Platz finden. Oh shit, Leute. Da stehen die Dinger schon. Aber das ist nicht meine. Welche sind deine? Das ist meine. Alter. Scheiße. Der Gräb. Das sieht man sich fast. Ich denke, ich werde jetzt noch kurz Pause machen. Und so eine Stunde vielleicht. Weil ich habe noch etwas Zeit. Wir waren ja gerade erst essen. Und ein bisschen chillen. Vielleicht dann nochmal eine Runde spazieren gehen, damit das Ganze alles gut verdaut wird. Also ich erkläre jetzt nochmal vor dem Plan. Wir haben jetzt 14.15 Uhr, glaube ich. Oder 14.20 Uhr. Schauen wir nochmal genau. 14.24 Uhr. Meine zwei nächsten Gäste kommen, glaube ich, so in der nächsten Stunde. Also sollten beide dann eintreffen. Wir werden dann gemeinsam die Pizzen essen. Das heißt, bei mir gibt es die Boston Rural. Die sieht richtig, richtig krank aus. Für die anderen beiden gibt es eine Pizza Salami. Die ist auch Monster. Dann habe ich eine ordentliche Bestellung von Reese's gemacht. Es gibt diesen Cookie. Und eins darf nicht fehlen. 12 Stück Donuts. Und die sind auch dazu vegan. Wusstet ihr nicht mal. Also riecht richtig krank. Kalorien werden wieder hier eingeblendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn die Adenabaden eintreffen. Ich werde versuchen, noch ein paar Schritte im Büro zu machen. Oder nochmal raus, damit die Verdauung einsetzt. Alright, Leute. Es ist Zeit für die nächste Runde. Eigentlich sollte das Meal jetzt mit Rohren anstellen. Aber Marky-Boy, der hat Hunger. Der braucht Masse. Deshalb habe ich für ihn gleich mitbestellt. Für ihn gibt es eine Salami-Pizza. Die hat auch ca. 3000 Kalorien. Ich habe mir die Boston Royal geholt. Mit über 4000 Kalorien. Plus ein paar Reezys. Plus 1000 Kalorien-Cookie. Plus 12 fucking Donuts. Und die sind auch dazu vegan. Das wusste ich gar nicht. Ich schätze mal, da hat jeder mindestens so 350 Kalorien. Ich werde jetzt einfach mal durch die Bank irgendwie versuchen zu essen. Und mal schauen, wie weit ich überhaupt kommen werde. Schweißausbruch war auf jeden Fall schon mal real. Also mir ist es extrem heiß. Das ist auch ohne T-Shirt. Und ich bin echt gespannt, wie weit ich es schaffen werde. Weil in zweieinhalb Stunden gibt es dann auch schon wieder Burger. Ich würde sagen, wir hauen mal rein. Kann der Typ, ja. Wenn ich nur halb so viel essen könnte, wie du denn jetzt. Fuck. Schmecken tut es auf jeden Fall. Und damit der Rand etwas genießbarer wird, kommt super gar nicht drüber. Ich sage euch, das auf einer Pizza schmeckt. Okay Leute, ich muss vorerst aufgeben. Zwei Donuts sind weg. Einen hat Misha verdrückt. Weil die sind sogar... Boah, der war so gut, Alter. Der hat noch so Cream Pie. Für mich schmeckt gerade einfach jeder Scheiße. Ehrlich gesagt. Halber Pizza ist aufgetragen. Also ich schätze mal 2500 oder 1600 Kalorien war es jetzt mal. Ich muss das Ganze erst mal sacken lassen. Ich mag halt, glaube ich, bis jetzt zwei Stücke oder so. Mal schauen, wie wir jetzt eher schafft. Aber jetzt lege ich mich erst mal auf die Couch. Ich sagte, ich esse die Pizza vor, deine auch. Ich esse jetzt vor der Abkomme. Könnte sein. Ich hasse jetzt. Mal schauen, Alter. Aber ich will nichts dazu bringen, der Cheater soll eigentlich genossen werden. Deshalb wird jetzt mal gechillt. Und wenn ich da wirklich noch mal Bock drauf haben sollte, werde ich weiter essen. Zwischendurch habe ich jetzt irgendwie Bock bekommen, eins von den Reese's Dingern zu kosten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Ich glaube, das ist mir zu viel Cleanup Butter. Pumpkins, Baisen, Fins, Minis. Ich glaube, ich werde den probieren mit Pumpkin-Geschmack. Mal schauen. Man schmeckt jetzt nicht unbedingt Pumpkin. Sehr peanut-butter-lastig, aber leert meinen Magen irgendwie. Und wie viele Kalorien? One Piece, 170 Kalorien. Naja. Vielleicht kann ich mir jetzt noch was davon. Ich koste einen weißen auch mal. Ich glaube, danach kann ich wieder weiter essen. Mal schauen. Aber Reese's, muss ich sagen, sind einfach absolut krank. Okay. In weiß. Hm. Nicht besonders krank, muss ich sagen. Aber 200 Kalorien für zwei Stücke ist eigentlich echt in Ordnung. Muss man schon sagen. Okay, Leute. Ich glaube, mit der Zeit verdau ich das Ganze. Jetzt wird einmal dieser Donut hier gekostet. Der ist sie. Und dann vielleicht zwei bis drei von dem Wasser in den Winkel, Leute. Drei Stück, wenn es davon down geht, jackt. Ich glaube, dass der Peanut-Anteil nicht so hoch ist. Also mehr Schokolade. Also könnte geiler sein. Ja. Noch ein bisschen Peanut Butter. Marc ist übrigens auch nicht viel weiter mit seiner Pizze gekommen. Das Stück hat Jula noch seiner Tochter abgeschnitten. Ich werde auch mal kosten. Kann man auf jeden Fall auch gut essen. Werte Kalorien darf man jetzt gar nicht berechnen. Macht keinen Sinn. Aber ich glaube, die 10.000 habe ich schon. Haben Sie übrigens noch einen Ehrengast bekommen? Einen wunderschönen guten Morgen. Was ist eigentlich mit deiner Pizza? Ich würde die gerne essen, aber ich bin auf Diät zwei, drei krank. Du bist auf Wettkampf-Diät, oder? Ja, ich bin auf richtiger Wettkampf-Diät. Er startet bei Natural Olympia, habe ich gehört. Er darf meinen Platz einnehmen bei der Olympia. Und wir dann starten. Der trifft auf jeden Fall. Was sieht das denn wieder aus? Der letzte Gast des Abends. Ich bin krank. Erstmal Glückwunsch, Alter, dass wir da krank haben. Danke, danke, danke. Riesen Respekt, Maria. Ist alles abgeräumt? Ja, alles. Die Klasse zumindest. Wir sind die Farinia-Hahn schon mal rein. Bei euch gibt es mal wieder eine Bowl. Die beiden stehen auf Bowls, oder? Ich habe noch nie eine gegessen. Wirklich? Dann ist es schon mal alleine essen. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ist gut? Jawohl. So. Und so sieht das Ganze aus. Eine fette Quesadilla. Eine Burrito. Und einmal Süßkartoffel-Pommes mit Fleisch plus, bisschen Calapenos plus Käse. Da sind, glaube ich, auch Süßkartoffeln drin. Und Chicken. Und hier ist Beef plus Käse drin. Der Gurky. Gibt es erstmal nur eine Bowl. Ich denke mal, der wird nachher auch noch ordentlich zu vestieren. Mal nachdenken. Mit dem passt er auch mal nicht was rein. Quesadillas sind weg. Die Hälfte von Süßkartoffel-Pommes auch. Den Rest wird jetzt Johannes gönnen. Vielleicht isst Gurky mein Burrito noch. Ich weiß es nicht. Wunmöglich. Ich werde mich jetzt mal aufs Klo zurückziehen. Weil langsam. Beziehungsweise das sechste Mal heute. Muss mal wieder rausgedrückt werden. Heute in einem Kommentar unter deinem Video gelesen, dass jemand wollte, dass du noch den Geruch besser und die Konsistenz beschreibst deines Stuhlsams. Vielleicht zeige ich es euch ja gleich. Oh shit Leute. Es geht nochmal weiter. Der Chef höchstpersönlich hat noch frittierte Snickers plus Eis gebracht. Das geht auf jeden Fall noch rein. Also wird jetzt richtig geil reingegönnt. Ich muss sagen, Foodkoma kickt langsam rein. Voll bin ich auf jeden Fall. Die Leute waren jetzt knapp an die 13.000 Kalorien. Also haben wir jetzt 1600 gesprägt für das alles heute. Weniger als ich gedacht hätte. Aber jetzt ist es endgültig vorbei. Also nachdem, was du eigentlich geplant hast, habe ich gedacht, du gehst unter 20.000 nicht nach Hause. Nein, ich dachte 15.000 packe ich schon. Aber es ist ja noch nicht 15 Uhr. Nee, ich esse jetzt nichts mehr. Ich habe eigentlich richtig Durst auf irgendein Zuckergetränk. Hab ich das vorher schon getrunken? Also es war auch die Hälfte drin. Dann ging wieder was, hab ich was getrunken. Und dann so, nee, ich trinke nichts mehr. Heute geht nichts mehr rein. Ich habe Bock auf den Eis noch. Mir schneift zwar der Bauch, aber an Eis geht immer. Außerdem habe ich mich ja schon einmal entleert, um das Thema mal wieder aufzugreifen bei Paul. Ja, das ist das Stichwort. Ich war schon dreimal hier am Klo übrigens. Also, die fette Kickenrein. Wieder zu Hause bei Familie Lukas. Das erste Mal kurz vorm Check. Ich bin im Auto einfach fast eingepennt. Es ist kurz vor 12. Ich frage jetzt einfach nur noch was ins Bett. Und wenn das ganze Essen wieder draußen ist, Alter. Fuck. Und vielleicht sieht man ja, ob irgendwas im Gesicht passiert ist. Ich fühle mich jetzt nicht so aufgedosen. Einfach nur fucking voll. Ich werde mich jetzt mal auf die Waage stellen. Knapp 102 Kilo. Läuft auf jeden Fall. Also an dieser Stelle werde ich das Video auch beenden. Für mich geht es jetzt ab ins Bett. Morgen geht es wieder zurück nach Wien. Ich freue mich auch schon wieder auf zu Hause. Aber dann heißt es wieder Alltag. Geht wieder los. Kindergarten ist wieder am Start. Ja, weniger Lust drauf. Aber kann man da nichts verhindern. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Der Cheat-Dick war auf jeden Fall eine Lehre für mich. War der erste, den ich jemals gemacht habe. Und für was mal der letzte. Zumindest mal in dem Ausmaß. War es echt nicht mehr geil zum Schluss. Ja, wie gesagt. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen Inspiration für einen eigenen Cheat-Dick geholt. Oder habt ihr euch ein bisschen abgeschreckt. Es ist nicht so geil, wie man denkt. Vor allem, wo ich dann bei der Pizza war. Aber war es nicht mehr wirklich schön. Ich habe es auch nicht mehr geil genossen. Also, wenn du einen Cheat-Dick machst, versuch es zu genießen. Und vielleicht bleibt es bei 6.000, 7.000 Kalorien. Je nachdem, natürlich, wie viel ihr normalerweise esst. Aber nach so einer langen Date sind natürlich 13.000 Kalorien jetzt am Ende des Tages. Etwas viel. Aber naja. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt ein Like. Schreibt es in den Kommentar. Abonniert nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.